Seth MacFarlane Wollt ihr mal einen lebensechten Furz hören, statt diesen langweiligen Cartoon-Pupsen? Eine frische Hose für mich bitte und einen neuen Sessel. Am nächsten Morgen liefen Brian und Stewie zu Fuß zum Nordpol weiter. Es war kalt und beschwerlich, aber Stewie wollte unbedingt sein Vorhaben, den Weihnachtsmann zu töten, durchführen. Da ihr mir gerade alle so brav zuseht, will jemand von euch Dope kaufen? Also Brian und Stewie hatten den Weihnachtsmann gefunden, aber er war nicht so, wie sie es erwartet hatten. Die gestiegenen Anforderungen des Weihnachtsfestes hatten den alten Mann kaputt gemacht. Seht euch das an, jemand hat mir einen ferngesteuerten Helikopter geschenkt. Und wie sie war nicht so, wie sie sind? neu ist das auch alles in Europa, wie sieли an dasnun Schaffen und Listener 있universierften, wie sie nearenался mit dem Kontakt. Dann legst mich nur ein Campverfil